Die Esslinger Zeitung ist eine seit 1868 in Esslingen erscheinende Tageszeitung aus der Bechtler Grafische Betriebe- und Verlagsgesellschaft MbH und Mb. Co. KG in Esslingen. Seit 1. Januar 1973 erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt Esslingen am Neckar durch ein Rücken. Die verkaufte Auflage beträgt 39.503 Exemplare, ein Minus von 16,1% seit 1998. Geschichte Am 25. April 1868 erschien die erste Ausgabe der Esslinger Zeitung zuerst als Probeausgabe. Ab dem 1. Mai 1868 dann offiziell dreimal wöchentlich und ab dem 1. Juli 1868 werktäglich. Am 1. Oktober 1868 wurde die Esslinger Zeitung von den Buchdruckereibesitzern Otto Bechtle und Matthias Linsenmann von der Verlagsbuchhandlung J. F. Schreiber übernommen. Ab dem 1. September 1872 wurde Otto Bechtle alleiniger Eigentümer der Zeitung und des Verlages M. Linsenmannschen Buchdruckerei, in dem die Esslinger Zeitung erschien und benannte sich kurz darauf in Buchdruckerei Otto Bechtle um. 1886 erfolgte der Umzug der Zeitung zum Esslinger Marktplatz. Gleichzeitig wurde eine Schnellpresse mit Gasmotor eingeführt. Weitere Erneuerungen der Druckmaschinen folgten 1890 und 1900. In diesem Jahr konnten bereits 12.000 Zeitungen gedruckt werden. Weitere Modernisierungen der Anlage aus dem Jahr 1900 folgten 1906 und 1907. Im Jahr 1912 übernahm Bechtle die Plochinger Zeitung und die Neckar- und Filder Zeitung. Die in Köln erschien wurden die Zeitungen auf das Berliner Format umgestellt. Am 3. September 1926 starb Otto Bechtle. Sein Sohn Richard Bechtle übernahm den Betrieb. Musste jedoch bereits 1933 die Mehrheit seiner Anteile am Verlag und somit auch der Esslinger Zeitung an die Ennespresse abgeben. Gleichzeitig wurde er mit einem Berufsverbot belegt und von der Leitung des Verlags und der gesamten Redaktion ausgeschlossen. Erst am 1. Februar 1949 konnte die Esslinger Zeitung nochmals erscheinen, jedoch anfangs unter dem Titel Neckarpost. Lizenziert von der US-Besatzungsmacht ab Juli 1949 dann wieder unter dem alten Namen Esslinger Zeitung. Diesmal übernahm die Führung Otto Wolfgang Bechtle, da Richard Bechtle am 2. Oktober 1944 verstarb. Im Mai 1951 wurde eine neue Rotationsmaschine eingeführt. Seit dem Erwerb des Rotenberg Verlags im Jahr 1960 befinden sich auch die Cannstatter sowie die Untertürkheimer Zeitung im Besitz des Bechtle Verlags. 1963 zog man an den heutigen Verlagsstandort in der Zeppelinstraße in Esslingen am Neckar. Seit 1979 wird im Offset-Verfahren gedruckt und seit 1983 erscheint die Zeitung im rheinischen Format. 1995 wurde die Mehrheit am Unternehmen von der Familie von Otto Wolfgang Bechtle übernommen. Weitere Anteile hielten die Stuttgarter Zeitung Verlagsgesellschaft Eberle GmbH und MbKo. Punkt mit Sitz in Stuttgart sowie die A. Gottliebs und F. Oswalds Buchdruckereien GmbH und MbKo. K.G. mit Sitz in Kirchheim unter Tech. Die Drucksparte wurde im Januar 2005 in die eigenständige Tochtergesellschaft Bechtle Druck und MbK Service abgespalten. Verbreitung Die Zeitung erscheint in mehreren Ausgaben, Stadtausgabe, Kreis und Filder, Cannstatter Zeitung und Untertürkheimer Zeitung. Auflage Die Esslinger Zeitung hat wie die meisten deutschen Tageszeitungen in den vergangenen Jahren an Auflage eingebüßt. Die verkaufte Auflage ist seit 1998 um 16,1% gesunken. Sie beträgt gegenwärtig 39.503 Exemplare. Das entspricht einem Rückgang von 7.573 Stück. Der Anteil der Abonnements an der verkauften Auflage liegt bei 90,9%. Entwicklung der verkauften Auflage davon hat die Ausgabe für die Stadt Esslingen eine verkaufte Auflage von 31.284 Exemplaren. Der Anteil der Abonnements an der verkauften Auflage liegt bei 94,2%. Online Die Esslinger Zeitung ist seit 1997 im Internet vertreten.